Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiten Runde Minecraft, wollte ich gerade schon sagen, aber wir spielen ja ein anderes Spiel, und zwar Goat Simulator. So Leute, wir sind im Spiel, und ich zeige euch mal was, ich bin eine Ziege, ich habe gerade ein bisschen herumprobiert, also, oh hier ist ein Freizeitpark, hier ist ein Freizeitpark, und eben, das ist Goat Simulator im Spiel, du bist eine Ziege, und du musst, Leute töten, nein, musst du nicht, aber du kannst dir richtig viel Blödsinn machen, das Spiel ist eigentlich so verbuggt, aber es macht Spaß. Yeah, wir zerstellen den Block, yeah. Flüchtet vor der geförsteten Siege. Sterb, 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 sterb. So, haut mal ab hier, das ist mein Karussell, nehm mal weg. Achso, ich muss die einstellen. Nein, ich will da rein. Ja, Karussell, Karussell. Ja. Oh, 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 Karussell. No. Komm, 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 komm. Yeah. Alter, wie du spielst, einfach nur Rumbackt bei mir. Ja, so, dann gehen wir mal wieder raus, irgendwo in die scheiß Karussell, und dann hier, die Bängmigge, alle weg. Was ist das? Sterb, 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 sterb. Was ist, wenn ich drauf springe? War das noch so was, was sich schüttelt und man sich drauf halten muss? Ach, egal, ich weiß noch. Hüpfburg, 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 Hüpfburg. Hüpfburg, ich will zum Hüpfburg. Scheiß auf die Laternen. Hüpfburg, yeah, yeah, ich liebe die Hüpfburg, Alter. Yo, wahrscheinlich, Alter, what the fuck? No, okay, so, wo gehen wir weiter hin? Was ist das für ein Ding, was ist das für ein viereckiges Ding? Äh, ja, ne, da gibt's. Wofür trefft ich eins? Was ist das für ein Ding? Lelelele, da kommt was. Achso, das ist ja diese Achterbahn-Zeugs. Komm, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Achso, ist verlaufen. Die mir ist. So. Oh, ich bin jetzt siegig aus dem Reiß, Malsake. Oh, Alter, ich stört hier gerade. Nein, nein, Achterbahn, ich will mitfahren. Oh, nein. Will ich raus? Ja. Äh, und wie fahr ich jetzt Achterbahn, muss ich jetzt auf die nächste warten? Okay, ich warte einfach. Dum 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 dum. Alter, von hier oben sieht das richtig geil aus, der über die Stadt. Gebirge noch dahinter. Ja, 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 einsteigen, 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 einsteigen. Ich will, ich will rein. Ja, ja, Achterbahn, Motherfucker. Oh, ach, Mann, oh. Okay, scheiß Gott. Erstmal Leute killen. Jetzt gehen wir wieder in die Stadt und machen Dothra Dau. Yeah. So, komm, sterf. Yeah. Und? Bevor ich's vergesse. Leute killen. Yeah, absolut schrecklich. Yeah, ich bin die Welt der Zwieger, ich teile doch an. So, und. Rennen wir mal weiter. Gucken wie es wird, was für eine Stadt auf uns wartet. Wir können ja Wände hochklettern. Oh, das will ich noch mal machen. Hier mein Skill. Yeah, Motherfucker. So, was gibt's hier? Was ist das für eine Maschine? Sterb mal, bitte. Hier, danke. Oh. Okay, das geht natürlich auch. Erstmal hier alles verwüsten. So, und weiter geht's. Was gibt's hier? Kann ich hier irgendwie rein? Hallo? Mach's da. Hey! Hallo! Hallo! So. Äh. Ja. Erstmal Glas kaputt gemacht. YOLO. So. Und Leute, wenn's euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Und falls ihr mehr Goat Simulator haben wollt, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Und, ja, vielleicht mach ich mal wieder, alter, vielleicht mach ich mal wieder Goat Simulator. Also, mir macht das Spiel Spaß. Bei der Aufnahme leckt das ein wenig rum, aber ist ja ganz normal. Der Computer braucht ja zwei Dateien, also eine für das Aufnahmeprogramm. Deswegen, egal, schwer zu klären. Und, ja, ich hoffe, dass ich euch dann ein bisschen unterhalten konnte. Und dass es mal ein bisschen Abwechslung zum Eingriff gibt. Und sterb! Oh, okay. Und bis zum nächsten Mal. Goat Simulator. Tschüss!